Musik Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Dann entlösen wir die Westfront. Kehrt noch! Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist eine schreckliche Erschweinheit. Mein Führer, wenn es in Berlin ist, dann kann man das nicht sein. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Hause. Richtung Elbe! Dann zeig die Armee! Kehrt wach! Dann entdrücken wir die Westfront! Ah, mein Sinner! Weißt du, wer dein Befehl ist? Ich glaube! Ich habe mich krass gelobt! Ausgedrutscht! Große Verhandlungen für den Schutt! Sie müssen die Luftwaffe von Grunde auf umkrempeln! Es wurden viele Fehler gemacht, seit sie unabdekten! Aber mein Führer, die 12. Armee verschiebt nach Westen, Richtung Elbe! Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr, der Fremdrasse, immer mit fortaler Härte, eiskalt niedergeschmackt! Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrutscht! Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen! Ich müsste dann unter freier Mäbeln! Oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas Ähnlichem Haus und das Ende abwandt! Wink ist mit der 12. Armee im Anmarsch! Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen! Und dem Russen alles so ver- Wie Stalin! Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Lass dich ja konturlos im Westen in Europa verschwenden! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zur Rückwärts! Ja, ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweilen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, nach Richtung Elbe! Ausgedrückt! Was soll das heißen? Sie können Fehlgel an ihn ficken! Jawohl! Wink ist ein fremmer, unbereichebarer Günstler! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches! Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen! Er ist nicht in der Bunkeranlage! Was soll das heißen? Sie können Fehlgel an ihn ficken! Jawohl! Suchen Sie ihn nicht! Ich will Fehlgel an ihn ficken! Zerfahrt! Er ist nicht in der Bunkeranlage! Aber dafür sind die jungen Leute doch da! Er ist nicht in der Bunkeranlage! Bringen Sie mir Fehlgel an! Fehlgel an! Fehlgel an! Fehlgel an! Er ist nicht in der Bunkeranlage! Er ist nicht in der Bunkeranlage! Das ist kein Ziviler. Das wollen wir wollen und das wird nicht in der Bunkeranlage! Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich wieder neu mit der Armee vereinigen. Not at all similar are the race of the immortal God and the race of men who walk upon the earth. Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Der Feind operiert jetzt im nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marsdorf-Fahrtshorst gelangt. Verwart! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden! Die Befehle sind ausgearbeitet. Dann kommen die anderen darauf zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Botscheviken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. Der Herr schützt dich und schützt dich. Der Herr schützt dich und schützt dich. Der andere steigen ist mein Befehl! Der Herr schützt dich und schützt dich. Der Herr schützt dich und schützt dich. Ich habe dir gesucht. Nur hier in Berlin kann alles gerettet werden. Um den letzten Mann dafür einzusetzen. Dann schau dir die Armee! Dann entlösen wir die Westfront. Aber mein Führer, die zwölfter Nehmerschirn nach Westen Richtung Elbe. Bezug! Ich will Fänger ziehen! Zerfahrt! Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Haben Sie noch zwei Fälle neu im Befehl? Ich glaube! Ich habe mich gerade genug ausgedrückt! Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Ich müsste dann unter freien Memel holen. Oder in einem Bauernhaus oder in etwas Eigentlichem hauseln und das Ende abwarten. Die Befehle sind ausgearbeitet. Um sich zu autorisieren behauptet, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Verreiter! Mein Führer! Dann ist die 9. Armee verloren! In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltsschlatterrückwerf! Mit dem Angriff Steiners. Wie das alles in Ordnung kommt. Wink! Wink! Ich will die 12. Armee die Sache unterstützen! Ich will Filme sehen! Sofort! Hier! Bei winken! 起 ist das Ger primary! gatherings ộiweinheit áveis Ganz ober concern Du hast dein whispering Hatsache 3 Millionen Zivilisten in der Stadt Die müssen evakuiert werden Was für die Afgen Geld must doch in erhöhtem Maße Maximal ein bis zwei Teil. Im Süden hat der Gegner zoffen genommen und stößt auf Walsen vor. Wie lange können Sie noch halten? Mit dem Angriff Steiners, damit das alles in Ordnung kommt. Wie lange können Sie noch halten? Mit welchen Kräften mein Führer? Wenn Sie mit der 12. Armee im Anmarsch sind, dann kann eine Wende doch nur eintreten. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich bin Stalin! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmust des deutschen Volkes! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Holen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Wink ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busser vereinigen und dem Russland sofort nicht in den Schlag versetzen, dass er alles rettet. Sie können Fegelein nicht finden! Jetzt suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wie bitte? Fegelein! Was benötigen Sie? Was benötigen Sie? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Dann soll die Armee im Kehrt machen! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! All die anderen! Ja, 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 ja! Nur Wolkenkratzer und Tels! Sagen Sie mir, was ich zu tun habe! Mein Führer, ist sie nun der Armee verloren! In einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Die Logik wird verhauen! Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren! Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, den sie mit Mühe verteidigen kann! Jetzt will er, dass Steiner angreift! Das ist purer Wahnsinn! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Der ist kein Argumenten zuhänglich! Ich habe mich klar genug Maus getrückt! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenck noch ein Gerät an! Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen! Sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben! Wir müssen sofort... Die Leute Armee wird nicht zurückgenommen! Sagen Sie, Bosse! Sie verkämpfen nur als Sieb! Oh! 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 Oh!